Der Luftraum ist voller unterschiedlicher Signale. Telekommunikation, zivile und militärische Signalquellen sind allzeit präsent und überlagern sich im gesamten Spektrum. Darunter aber auch schiffrierte Signale, die sich bewusst harnen, um unentdeckt zu bleiben. Piloten sind vor allem hier auf unterstützende und zuverlässige Systeme angewiesen. Dem Radarwarnsystem bleibt eine Sekunde, um die korrekte Klassifizierung vorzunehmen. Eine Sekunde, die alles entscheidet. Kalletron von Hensold Sensors Artificial Intelligence inside Hensold Electronics Kalletron ist ein End-to-End digitales System mit hervorragender Multisignalfähigkeit für höchste Aufspürwahrscheinlichkeit. Neue Algorithmen unterdrücken Reflexionen und extrahieren relevante Radardaten. Die Onboard-Signal-Datenbank ermöglicht einen schnellen Abgleich und eine selbstlernende Technologie. Die gesammelten Daten des Systems können ausgewertet werden und dienen als Basis für weitere Entscheidungen. Kalletron ist praxiserprobt und auf unterschiedlichen Plattformen einsetzbar. Das modulare System ist in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich. Je nach Bedarf bestimmen die Anzahl der eingesetzten Systemkomponenten, Reichweite und Frequenzabdeckung. Wir bringen Artificial Intelligence and Electronics in unseren Produkten zusammen. AE wird zukünftig auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. AE ist einzigartig und nur in Kalletron von Hensold Sensors. Es geht um die richtige Entscheidung.